Hallo, ich bin so ein bisschen entspannt für heute. Das Wetterbild ist eins, das ich schon hatte. Es passt heute immer noch sehr gut. Also die Sonne scheint super. Es sind Wolken da, die sind aber am verziehen. Das heißt auch schon, dass es vorher ein bisschen schlechter ging. Ich habe ein paar Tage hinter mir, die waren recht aufwühlt. Ich hatte viele, viele Schmerzen und sehr viel zu tun. Ich hatte noch ein paar Umzugskisten, die auszupacken waren und es sind noch ein paar Möbel gekommen und die waren aufzustellen und das Ganze, die ganzen Anstrengungen, die damit verbunden waren, die haben mich doch ein bisschen gestresst und auf jeden Fall, klar, Stress wirkt sich negativ aus, auf meine MS auf jeden Fall. Ich lese natürlich immer wieder, dass das generell so ist. Also das war definitiv so eine schwarze Stresswolke, aber die zieht jetzt hoffentlich weg. Und ich kann so nach und nach die Wohnung genießen, gemeinsam mit meinen Kindern. Ich hatte ein bisschen vorgesorgt, dass die Kinder während dieser ganzen Umzugsgeschichte nicht anwesend waren. Das war gut so, weil am Tag drauf war ich sowas von platt und fix und fertig. Ich war die ganze Zeit im Bett gelegen und habe tatsächlich auch die ganze Zeit geschlafen. Also es ist nicht ein nur im Bett liegen und nicht schlafen können und versuchen zu schlafen, sondern es ist ein im Bett liegen, die Glieder gleiten dahin, sie liegen. Man kann sich gar nicht mehr bewegen, man lässt es auch einfach zu, dass sie nur noch schlaff da sind und dann fällt man so langsam in einen erholsamen Schlaf. Was tatsächlich so ein bisschen schwierig ist, ist dann da auch wieder rauszukommen, die Arme zu bewegen. Also das habe ich jetzt ganz deutlich gemerkt, je mehr Stress und auch Schmerzen da sind, desto mehr fällt es mir schwer, meine Arme wieder hochzuheben und meine Beine. Ich hatte jetzt auch gestern, wie ich in der Arbeit war, ganz kurz Probleme leicht mit dem Sprechen. Ich hatte einen lalligen Zungenschlag und hatte auch so Wortfindungsprobleme, was ich allerdings mit ein bisschen Ruhe und Hinsetzen und ja, jetzt mache ich eine kurze Sitzentspannung. Dann zumindest so weit regeln lassen konnte, dass ich ohne weiteres weiter unterrichten konnte und meine Arbeit zu Ende gebracht habe und daheim im Familienalltag auch keine Probleme hatte. Allerdings war das schon so, dass ich dann um acht oder halb neun, als die Kinder endlich im Bett waren, ich auch sofort ins Bett gegangen bin, auch sofort geschlafen habe. Gestern war es so, dass ich dann um halb zwölf dann zwar wieder aufgewacht bin, da bin ich nochmal kurz aufgestanden und war dann nochmal so eine halbe Stunde wach, aber ich konnte dann auch wieder gleich einschlafen. Und das muss man sich mal vorstellen, jetzt hat der Wecker heute um halb sieben geklingelt, ich bin um neun, zehn, elf, zwölf und dann eine halbe Stunde wach sein. Also ich habe achteinhalb Stunden geschlafen und ohne die achteinhalb Stunden schlafen geht einfach nichts. Also wenn ich da oder beziehungsweise neun, neun Stunden, wenn ich jetzt wie früher nur sechs Stunden oder sieben, also sieben Stunden schlafe, dann kann man mich einfach in die Tonne treten. Also das Schlafbedürfnis wächst bei mir definitiv und ja, wenn ich Schmerzen habe, dann geht gar nichts mehr. Ah ja, mal schauen, also mal wieder ein bisschen Optimismus und es wird mit Sonne weitergehen bis die Tage. Tschüss.